Also mir ist es halt wichtig, dass man halt auch noch privat viel Zeit hat. Und das finde ich sehr wichtig und das bietet halt Aldi Süd, finde ich. Mir geht es immer darum, wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, dann geht es mir auch gut. Im Hausenraum ist immer alles zur Verfügung gestellt, was der Mitarbeiter sich wünscht. Das Geld kommt immer überpünktlich. Egal was man mal braucht, wird geschaut, dass es möglich gemacht wird. Das sind so Dinge, auf die man sich doch zu 100% auf die Firma verlassen kann. Aldi zahlt gutes Gehalt, faires Gehalt für das, was man leistet. Man sitzt dann wieder auf dem Stapler oder auf dem Flitzer, fährt Paletten hin und her, stapelt Paletten hoch, stapelt Paletten ab. Also Aldi hat mir immer die Möglichkeit gegeben, so zu arbeiten, dass ich mich nach meinen Kindern richten kann. Aldi hat mich da immer, gerade als alleinerziehende Mama, sehr unterstützt.